Dein Maid kommt auch da vorne, okay. Ah, die haben beide schlechten Stuff, sollte machbar sein. Naja, gut. Vorausgesetzt, man trifft sie auch, aber ja, jetzt habe ich sie. Ja, One-Hit, okay. Interessant. Und sogar einen Punkt mehr als sonst. 6 Punkte. Gana hat auch 7 gedroppt. Haha, ja nice, nämlich Gana, dankeschön. Ja, der leckt ja dann ein bisschen. Oh Gott, also wenn er mich anzündet hätte, ein Problem, macht er aber nicht. Gut. Einfach Volliron bekommen. Dankeschön. Äh, Deathmatch, ja nice, jetzt schon. Der Maid ist gestorben. Ja, super Maid, schön gemacht. Und der Gelbe hackt. Hacker tot. Auch down. Auch down. Habe ich noch einen Team gegen mich. Den Bogen habe ich auch. Down. Der letzte. Oh, der droppt sogar ein bisschen was. Also, zumindest mehr als die anderen hier. Ja, gut game. Ne, nur 5 Punkte? 160? Ja, okay, gut. In Ordnung. Gut game. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie abkürzen kann. Sonst rennen. Sonst rennen wir noch bis dann. Wohin. Oh, jetzt kommt er noch von vorne. Und er hat einen leisen Schwert. Ja. Okay, haben. Jawohl, das wäre schön gewesen. Good game. Ich habe genug Pfeile. Komm ruhig. So, sollte reichen. Ich bin genug geboostbremt. Jetzt kämpft endlich. Okay, gut game. Schöne Runde gewonnen. 19 Punkte bekommen. Okay, gut. Ich will ihn eigentlich gar nicht töten, aber ich brauche unbedingt die Sachen von ihm. Na toll, er rennt wieder. Aber wenn er ins Wasser fällt, habe ich vielleicht eine Chance. Gucken, ob ich ihn wotten kann. Perfekt. Der ist down. Na gut, wenn ich es schlau gemacht hätte, zumindest. Oh, okay, geht auch so. Good game. Ich muss unbedingt die Hits treffen gegen ihn. Okay, Glück gehabt. Jawohl, nice. Okay, nochmal schön. Jawohl. Komm, komm, komm. Glück gehabt. Okay, happen. Oh, jawohl, Hacker down. Und schön stuff bekommen. Oh, oh Gott. Okay. Ich bin overstacked. Oh, der sieht ganz gut aus. Mal gucken, bin gespannt. Der ist tatsächlich nicht schlecht. Komm, Stack. Oh, Gott sei Dank. Äh, Stack. Stuff meine ich. Mein Gott. Der hat ja noch schlechteren Stuff. Dankeschön. Und, gut game. Gut, sogar noch einen Punkt mehr bekommen als sonst. Das ist jemand. Oh, lol. Kommt noch ein Hit. Ich hab genug Pfeile, was soll's. Und down ist er. Dankeschön. Ja, schießt mal schön. Eigentlich mal Pfeile einsammeln. Brauche ich auch ein paar. Oh, Gott. Oh, steigen gehabt. Ai, ai, ai. Daneben. Das war gar nichts. Der müsste irgendwo campen, dass er. Okay, das down. Nice. Was ist das jetzt hier? Dreierteam oder was? Alter, Leute. Ist das euer Ernst? Der hat halt Obvious an. Okay, Pfeiles down. Komm, 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 komm. Da, Junge. Da, spring runter. Er macht Selbstmord. Ja, nein, ist okay. Gut, Dreierteam ist weg. Jetzt nur die letzten beiden hier. Geht das auch weg. Erster Gegner. Ah, keine Rod. Quatsch der Dank, Alter. Okay. 32 Punkte. Okay, nice, schön. Good game. Dreierteam down. Hacker hat Selbstmord gemacht, aber egal. Ich glaube, ich schaff's rechtzeitig. Überraschung. Wenn der jetzt gleich die Rod zückt, könnte es für mich blöd werden. Das ist generell eine blöde Situation gerade. Was habe ich mit Stuff? Okay, ich habe alle. Alter, was war das denn jetzt bitte? Oh, schwere Situation. Hat Spaß gemacht. Good game. Good game. big chinesisk. good game. Riding with you.